Mit welchem Künstler würdest du gerne zusammenarbeiten? Oh, Künstler. Mit einem Traumkünstler habe ich schon zusammengearbeitet. Roland Keating, das war auch immer schon ein großer Traum. Aber ich würde sehr gerne mal mit Adele zusammenarbeiten. Alles klar, Adele. Ich hoffe, du siehst es, du hörst es. Komm rum, gell? Was ist dein Lieblingsritual vor deinem Gig? Ganz viel Lächeln und ganz viele positive Gedanken und sich darauf zu freuen, dass da Leute da sind, die einen wirklich hören wollen und die dann auch wirklich da hinkommen. Aber ganz viel... Okay. Welcher Song bringt dich immer in Stimmung? You're the Voice von John Farnham. Mein All-Time-Favorite. Den hätte ich heute auch noch gerne gespielt, aber beim nächsten Mal. Welches Emoji beschreibt dich am besten? Ich glaube, dieses Emoji, was so macht. Also ein Auge zukneifen und Zunge raus. Ich glaube, man darf sein Leben einfach nicht zu ernst nehmen und ab und zu darf man ruhig mal ein bisschen lächeln und Spaß haben. Das ist absolut richtig.